Ja Leute, sorry, meine Aufnahme hatte gerade ein Problem, das Spiel ist abgestürzt und wir haben uns informiert, wo die Keycard ist und mir ist aufgefallen, ich habe komplett diesen Raum hier übersehen. Ja, mir ist es aufgefallen, nicht dem Sembo. Ja. Okay, mal schauen, hier sind ganz viele Rechner. Und? Aber ich fühle mich schon mutiger. Bitte reagier nicht. Okay, gut. So, mal schauen, hier ist alles so dunkel, vorhin war doch noch Sonnenuntergang. Okay, mal schauen, hm, hier ist nichts, ist auch nichts, am Boden ist auch nichts und, also wir haben noch darüber geredet, ob das Spiel vielleicht noch gruselig ist, wenn man es wirklich 20.000 Mal gespielt hat, so auf Speedrunner-Niveau. Und Sembo hat gesagt, es ist nicht gruselig und ich habe dann gesagt, ich glaube, du hast recht. Das war das, was ihr verpasst habt. Okay, da ist nichts. Ja, genau, hier schaut es gut aus. Ah, hier ist das Schönes. Hallo. Nimm's. Okay, und? So, mal schauen. Hier ist keine Keycard. Da ist viele Computer, die aber noch funktionieren. Windows-Update-Zolle. Ähm. Oh. Ah, es geht. Verdammt. Ähm. Der Typ schaut nicht so freundlich aus. Ah, da waren wir vorhin, gell? Ja. So. Ach. Also. Ich, 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 ich halt schon mal den Atem an. Ich weiß, irgendwas wird mich komplett töten. Er sitzt im Holzstuhl, wie schnell kann er schon sagen? Weißt du, wovor ich Angst habe? Ja, eben, er hat seine Beine nie, er hat seine Beine nie verletzt. Er ist komplett erholt. Weißt du, ich habe Angst, dass sich irgendwer plötzlich bei mir anklopft oder so, oder anleitet. Ich weiß jetzt schon, er wird mich gleich festhalten und mich töten. Hallo? Ich habe mich zurück. Ähm. Oh, Leute. Das sind gesunde Leute. Hallo? Denen ist doch relativ egal. Gesund ist bei denen relativ. Relativ. Hallo? Depressionen. Fußlos, oh. Irgendwer schreibt. Ah, nein, er schreibt. Ah, ja, wir haben Notizen gemacht. Bist du es, der so atmet? Ich atme nicht. Also, nicht besonders klar. Das war der Flottwist. Ich atme nicht. So, mal schauen. Nie wieder. Ich dachte, es wäre so eine Mario Warp-Rörer, aber nein, es ist eine Kamera. Okay. Du wirst überwacht. Und? Kuckuck, 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 kuckuck. Ich werde es dir nur noch kriechen. Ich sehe es schon. Da werden Sachen fast in dir nicht gefallen. Mal schauen. Hm, wir brauchen Batterien wieder mal. Hm. Hier ist nichts. Okay, du hast du eine Keycard, die du uns geben könntest. Oh, er hat die Keycard. Er hat sie. Okay, mal schauen. Hier, okay. Geht nicht. Ähm, Collected Objects. Okay, Tab. Ähm, was war das gerade? Ich glaube, das Problem ist, eine Sekunde. Options, Controls. Ich werde das, was Tab ist, weggeben, weil ich habe gerade irgendeine Meldung von denen geklickt. Hier, ich mache, äh, T. Ü. Okay. Ü. Verdammt. Egal, hier, Apply. Weil, als ich gerade Tab gemacht habe, hat mein Thread, glaube ich, irgendwas zerstört. So. Hier ist nichts, nur Papier. Und. Ja, nichts. Okay, gehen wir mal. Ah ja, stimmt, wir haben jetzt die Keycard. Lalalalalala. Öffnen. Nein, geht nicht. In die Richtung. Okay, ich. Gleich wird eh irgendwas passieren. Gleich werde ich eh komplett mich töten. So, hallo. Okay, die schauen noch weiter. Was schaut ihr denn? Ich will auch schauen. Spannend. Hier, schaut mir zu, ich kann dancen. Boah, schau dir das an. Das wirkt ein Unbeerendruck. Das macht alles viel weniger gruselig. Okay, also. Oh mein Gott. Ich wusste, dass es passiert. Ich wusste eh, dass es... Es war klar. Oh mein Gott. Nein. Ich wollte es nicht. Es tut mir leid. Schlagen. Schlagen. Das ist mit Feuer. Nimm so einen Rollstuhl. So, jetzt habe ich die Macht. Er wurde gestohlen. Okay, hier rein. Gleich werde ich mir in die... Und... Da ist... Ah, das sind da. Das ist den gleichen. Oh, schön jetzt. Schöne. Was ist das bitte? Augehöriger. Wo geht es Bildschirmschoner? Ja, oder? Gell? Das will ich auch. Ja. Das will ich auch animieren. Hm. Ha. Okay, wir springen runter. Und... Ah, verdammt. Ich habe Audacity weggegeben. Das heißt, ich kann nicht sehen, wie lange wir in der Aufnahme schon sind. Ich habe gerade eine kleine Befürchtung, dass ich vielleicht Audacity nicht angeschaltet habe. Aber ich habe eh, gell? Ja, ich habe eh. Es war eh die ganze Zeit am Laufen. Ähm, that you can look behind. Ich will nicht look behind. Ich weiß, es kommt jetzt etwas. Was wollte ich auch machen nochmal? Okay, einfach nicht nach hinten gucken. Die Security-Türe. Ja, bitte mach auf. Bitte mach zu. Wieso spielen wir das? They lie. Sie lügen alle. Stifte. Boah, gerade Stifte. Okay. Mal schauen. Ich bin sicher, wenn ich jetzt irgendwas sehen, was auf uns zurennt. Okay. Accessing Security System. Oh, kannst du die Kameras anzapfen? Ja, wir sehen noch alles. Oh mein Gott, nein, da ist der Priester. Ähm. Verdammt, ich will... Scheiße. Was? Halt in the locker, don't try to fight. Welcher locker? Welcher locker? Hier ist ein locker. Jetzt will ich mich auch geborgen. Cool. Die Framerate ist irgendwie komplett in die Hose gegangen, aber... Mein Gott. Wow. Wie sollen wir den bitte bekämpfen? Gar nicht. Mein Gott. Das sind Muskeln. Natürlich, nehmt du mich hier rein schon, nicht hier rein schon. Das ist nämlich ein Amnesia-Grad. Boah. Ich mag's in Spinn. Geh raus. Na ja, geh. Spiel mit dem. Ich glaub, jetzt müssen wir rennen. Ich tue's. Äh. Ist das die richtige Richtung? Ist... Da, Basement, 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 Basement. Ah. Die Tür ist offen. Es ist offen. Kann ich zumachen? Kann ich zumachen? Puh. Puh. So. Okay, hier können wir uns durchschlängeln. Ah, jetzt wird uns das Haus töten. Boah. Ich bin grad stolz auf mich. Ich hab's überstanden. Brauchst du wieder Batterien? Verdammt! Wieso nimmt er nicht irgendeine Taschenlampe mit? Eine Taschenlampe? Hier ist nichts. Ich frag nicht, warum ich grad viermal in eine Ecke geschaut hab. Ich hab nicht realisiert, was dort ist. Äh, Spaceball while moving towards... Was? Ähm, okay, ich weiß schon. Yeah, klettern. Ähm, Machine Room ist da etwas? Ah, da können wir entlang. Ah, da hinten war es auch etwas. Ah, da hinten sind Skulltulas. Da ist ein Krog versteckt. Alles Skulltulas. Schau dir das jetzt an. Schau dir doch. Was war das? Ähm, Schlecken. Er hat gesagt, wo ist der... Antwort. Okay, wir sind drin. Hallo. It's me. Hey, guys. You and my prank-video. Turn on two gas pumps in the main breaker on to the start. Hm. Eine Sekunde. Ich hab keine Ahnung, wo die gaspumpen sind. Ich hab keine Ahnung, wo der main breaker ist. Wir haben noch ganz wenig Akku. Schau dir in Storage, finde es, da gibt es sicher Batterien. Ein was? Storage. Was ist das? Lager. Ja, wo ist ein Lagern? Ich weiß nicht, da stand irgendwo hier. Ähm, ja stimmt, da stand die Dinger, da standen ja irgendwelche Türen, gell? Ja, Maschinenraum, Lager und irgendwas noch. Ähm, von da kommen wir, oder? Ja, ja. Ja. Ähm, da stand das Elektris- Alles dort, Storage Room auch. Ähm, ich werde einfach irgendwo das Maus klicken. Einfach, wir haben keine Dinge mehr, wir haben einfach keinen Strom mehr. Nein, bitte geh nicht aus, bitte geh nicht aus. Oh, sie geht aus. Okay, wir können reload, aber Batteries? Wir haben keine Batteries. Haben wir noch welche? Wir haben! Oh, wir haben... So, okay, Machine Room. Machine Room. Ähm, wo ist Storage Room? Ist da Storage Room? Ich will sicher machen, gerade irgendwas komplett falsch. Batterien. Vielleicht sollten wir Gasbrüche suchen, einfach. Oh, die Matratze der Kraft. Oh, hallo. Sind am Abhängen. Und die Tür ist zu, aber hinten kommt Licht durch. Ey, wie... Das kann doch nicht so dunkel sein. Das ist... Das ist keine geförmliche Durchschnittsdunkleid. Ah! Gas pumps. Das... Ja, ich hab so nötig... Ah, gesagt. Das wird was sein, was ich brauche. Oder? Ja, kannst du es anschalten. Ähm, nein. Hier ist eine Tür. Vielleicht kannst du den Strom anmachen. Ich fühl mich hier viel sicherer ans Ding. Und genau, weil ich jetzt gesagt hab, Weil ich sterben wahrscheinlich. Heid. Verdammt, wir müssen uns verstecken. Ist er... Ist er da? Nein, aber da stand Heid. Also... Heid. Wir müssen uns heiden. Ach, da ist die Gaspumpe. Geht weiter, wo wir sind, circa. Ach, der kommt nicht durch. Du hast eh recht. Das ist... Ah ja, stimmt, stimmt. Durch diese Tür... Durch diese Wand kommt er nicht durch. Ach. Aber er hat wahrscheinlich deine Türen dort. Er ist da. Geh runter. Er ist verdammt nochmal da. Und ich hab mich mit dem Brücken zu ihm gedreht, oder? Oh. Egal, der sieht kein Licht. Hallo. Oh. Bitte nicht. Das ist ungesund. Er könnte auch später zwingen. Boah, ich hatte eh keine Angst, Aida. Er soll sich von mir... Ey, leg dich mit dem Arm. Ja, ich. Ich hab mit der Kamera kaputt schlagen. Wo war er? Er ist durch diese Tür durchgekommen. Und jetzt ist die Tür offen. Ja, toll, dass ihr Wasser ist. Wir plötzern durch. Chirosis. Chirokinese. Ich glaub, wir werden keine Möglichkeit... Ähm... Ich glaub, wir werden nicht angegriffen, bis wir eine Möglichkeit haben, uns zu verstecken. Electric Room. Oh mein Gott. Ja, ja. Oder du hast es gesagt, aber lass mich in Ruhe. Okay, ich hab jetzt viel weniger Angst, dass ich ihn gesehen habe. Lass mich in Ruhe. Hier, du siehst mich nicht. Aus den Augen aus dem Sinn. Aus den Augen aus dem Sinn. Lass mich. Lass mich. Okay, du willst wohl nicht spielen. Was ist los mit dir? Man gibt's eins gegen eins. Kann ich ihn schlagen? Ich glaub nicht. Okay, wir haben verloren. Ich frag mich, was wir hätten machen sollen. Wie ist das ein Versteck? Boah, jetzt bin ich aber klüger im Nachhinein. Schau, was war hier? Welcher Raum ist das? Wo sind wir? Ah, schau, okay. Ah, hier. Ja, das war hier. Ah, okay, pass, pass. Boah, das war sehr früh. Das ist... Ähm, we... Du musst das Licht anmachen. Ah, danke dir. So, okay. Dann soll ich hierhin. Oh, wir brauchen zwei Gaspumpen und ein Ding. Okay. Wir hätten uns doch vorhin verstecken müssen, oder? Das heißt, wir gehen hier mal rein. Okay, verstecken. Ähm, da war Ding. Die erste. Und? Hey, sollte jetzt kommen, Zeck, da. Okay, er ist da. Okay, ja, siehst du, ich bin jetzt schon viel professioneller. Komm schon. Komm schon. Ich hab keine Angst vor dir. Ich soll's vielleicht nicht Ding verschwenden. Ah, da ist er. Ah, da kommt er. Da ist der fesche Buur. Schau, jetzt werden wir seine Silhouette in diesem Ding sehen. Ja, da ist er. Ja, da. Ja, da. Weißt du, ich hatte gerade wirklich diese geniale Idee, mich unter dem Bett zu verstecken. Und ich dachte wirklich, er würde uns da nicht sehen. Es hätte funktionieren können. Ich dachte so, vielleicht hat er so ein Gedächtnis einer Biene oder so. Okay. Nein. Das war ein Fehler. Jetzt merkte ich mich. Wieso mache ich das? Das ist ein Fehler. Ich hab vorhin, ich glaub, ich hab vorhin in der Aufnahme rumgegreift. Das ist nicht so gut. Boah, so eine detaillierte Hand. Schau dir diese Hand an. Von den Tücken, von den Journalisten. Okay. So. Okay. Ich. Was zum Teufel? Was ist los mit dir? Was ist... Storchst du hier die ganze Zeit mich raus? Hätte ich doch nur... Hätte ich doch nur meine... Meine Sonden... Meine Kampfkramotten dabei. Dann könnte ich dich... Mein Judotel... Schau, ich hab... Ich hab die ganze Batterie dafür verschwendet. Okay, ich schau jetzt. Raus hier. Durchsprinten. Und ins Bett. Ja, wo war das Bett? Wo war das? Da, irgendwo. Nein, nein, nein. Wieso meint ihr Türke? Ich so. Hat das bemerkt? Oh Gott, nein, nein, nein. Oh mein Gott. Das war ein Fehler. Okay, er ist in die Richtung. Was machst du da? Oh, tolle Batterie. Ist hier eine Gaspumpfoto so? Nein, aber wir müssen wahrscheinlich da durch. Warte, da war grad was, oder? Ich hab nochmal das Regal drauf. Oh mein Gott, was... Ähm... Was kann ich eigentlich machen, wenn er uns sieht? Ich glaub nicht. Ich hab keinen Bock irgendwie jetzt zum 20. Mal. Ja. Okay, Leute. Versuch Nummer 3. Ich glaub, das wird eh das letzte Mal sein, weil ich muss gleich den Haufen. Aber diesmal schaffen wir es, weißt du? Weil diesmal sind wir komplett im Pepp. So. Wo waren wir? Ah, da entlang. Okay, schau jetzt. Zack. Speedrun mit oben. Über das Hindernis. Der Speedrun. Jetzt da durch. In den Raum. Okay, Gas pumpen. Okay, danke dir für Gas pumpen. Jetzt. Hierhin. Ich verstehe es ganz genau, wie das Spiel läuft. Man muss einfach nur... Ähm... Ding sein. Man muss einfach nur klug sein, weißt du? Und dann... Ähm... Siehst du irgendwas? Nicht ohne die Lampe. Hier seh ich was. Hier seh ich das grüne. Vielleicht soll ich das Spiel heller machen. Ah, hier seh ich alles. Hier seh ich helleres Schwarz. Hallo? So. Ich will diese Gaspumpe nochmal hinkriegen. Und? Ja, das ist... Dachtest du wohl, gell? Ich bin ein bisschen klug. Okay, jetzt ist er draußen. Okay, jetzt gehen wir raus. Warte noch kurz, der Witz. Ja, okay. Jetzt klug. Die Tür steht offen, oder? Oh mein Gott. Na ehrlich. La 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 la. Oh mein Gott, er hat mich wirklich verloren. Ja, komm, ich danke schon. Ey, wäre zu schön, um abzusein. Okay. Ah, danke, dass du mir rausgeholfen hast, bro. Ich... 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 Ich muss die... Glaubst echt schnell, also ich... Glaubst echt schnell, als ich? Nein, nein, du bist schneller, Islam. Wenn er nicht gesehen hat, wo wir... Ja, er hat uns gekriegt gesehen. Was kann ich bitte machen, wenn er uns sieht? Erinnert zum anderen Bänder. Du klickst mich nicht. Verdammt, ich habe mich nicht... Fynnig. Lass mich... Schau, wenn du dich so benimmst, du wirst niemals Freunde gefunden. Ha! Okay, hier runter. Hier. Ja, das denkst du, ach so funktioniert das nicht. Ja, das denkst du wohl, du. Ich denkst du... Hier, hier. Die Tür. Ah, verdammt. Damn. Ich dachte mir, gegen die Tür kann er nichts aussichten. Vor allem, was ist das für ein Journalist? Er denkt sich so, ach verdammt, ich sterbe jetzt und er macht nichts. Er filmst. Hey, ich muss ein Prank, bro. Ich muss ein Prank. Sorry, Leute. Okay. Versuch Nummer 4. Zack. Ich kann das spielischen Speedrun. Okay. Ich werde nicht mehr die Kamera benutzen. Ich werde... Kann ich bitte durch? Du solltest die Kamera benutzen. Nein, nein. Ich weiß eh, wo alles ist. So circa. Einmal so einen Eindruck machen, wo alles ist. So hier von vorne hin. Space. Und... Ja, ich weiß doch, toll, wo alles ist, oder? Das sieht man noch. So, okay. Jetzt das. Hier. Okay, jetzt kommt er mich töten. Ich warte noch, wenn ich hier, damit du mich hörst. Hallo. Dann. Ähm. Ähm. Ich hab viel zu lange dafür gebraucht, als ich wollte. Okay, mal schauen. Okay, ich schalte es erstmal aus. Wenn er da ist, merke ich schon so eine Präsenz. Man sieht ein wenig die Gitterstäbe da vorne. Siehst du das? Ja. Ganz wenig nur. Ganz leicht. Hallo. So. Diesmal geht das. Diesmal schaffen wir es. So. Okay. Aber sehr gepflegte Füße. Das ist der Füße, dass er die ganze Zeit hier... Okay, schau. Letztes Mal... ...hat er da noch gewartet. Lass mich in Ruhe. Okay, du hast mich gehört. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Nein. Das Musik-Up-Ding ist so nervenzermürbend. Das ist das. Okay, schau. Jetzt muss ich hier raus. Glaub ich. Jaja, das ist es. Das ist jetzt sein. Jetzt? Ja, ja, da, 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 jetzt da hin, da hin. Ah, mach schade. Hier, ich kenne eine, ich kenne eine Geheimwaffe gegen ihn. Tür! Ich bin sicher, er hat keiner mehr Türen öffnet. Er weiß es nicht, oh mein Gott. Er kann nicht durch Türen durch. Warte, du kannst ihn dann einspüren. Die Idee hatte schon mal wer. Komm schon! Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Worin jetzt? Vielleicht hätten wir jetzt als die zweite Pumpversorgung sollen. Nein, die andere Tür ist ja versperrt. Okay, hier entlang. Tür zu, bester Freund überhaupt. Hier ist Batterie, oh mein Gott, oh Gott sei Dank. Ja, dazu ist es egal. Okay. Das ist Storage, glaube ich. Ja, was zum Teufel, komm, was ist das? Woher soll ich wissen, dass du da wartet auf mich? Dum 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 Dum. Nein, du Sackgasse! Darf ich durch? Darf ich bitte durch? Das ist nicht so gut, dass wir es nicht schaffen. Aber irgendwie, Stück für Stück, kommt. Okay, du spielst jetzt gar nicht mehr Horror nach dem fünften Mai. Eine geisterhafte... Ist nicht mal so geisterhaft, als das ist... Ach ja, okay. So, sagst du mir dieses Ding jetzt. Ich hab auf mein Handy geschaut. Okay, mal schauen. Hm, oh, ich frag mich, was wir brauchen. Oh, zwei Gaspumpen und ein Generator. Okay, da hin, da rein. Jetzt. Bitte, ich kann nicht irgendwo zwischenspeichern. Das ist... Ah, ich muss erst mal den Generator... So, hier. Ich will sehen. Ich will sehen. Ja, ich hab ihn oft genug gesehen. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie er aussieht. Ungefähr. Da vorne ist er. Hast du ihn gesehen? Aber er kommt diesmal nicht rein, aus irgendeinem... Ah, doch, doch. Ah, er muss da raufklettern. Er wird sich jetzt da hinstellen, sich mit den Füßen zu dir drehen. Noch exakt sechs Sekunden zurück. So funktionieren Dinge. So funktionieren Tool Assisted Speedruns. Okay, komm schon. Jetzt ist er draußen. Okay, jetzt ist er ganz draußen. Und jetzt printen wir die Weltmeister durch. Jetzt kommt die graße Musik. Weißt du was? Da kommt er nie drauf. Ich glaube, er hat uns nicht mal gehört. Aber doch, da ist er, glaube ich. Ja, ja, da ist der Kollege. Er hat auch vorhin die Tür kaputt gemacht, oder? Ja, das heißt, wir können die Tür nicht mehr zumachen. Verdammt, unsere einzige Waffe. Okay, jetzt. Nicht mal nach, nicht mal hinschauen, nicht mal hinschauen. Mal hinschauen. So, nicht da rein, das war keine gute Idee damals. So, hier rein. Kann ich mich überhaupt hier verstecken? Ja, das ist ein Bett. Kann ich mich hier verstecken? Ja. Da drunter. Okay. Mal schauen. Ich hätte die Tür auflassen sollen. Er war vorhin hier. Ja, aber vorhin hat er dich verfolgt. Ja, aber... Nein, da hat er mich nicht verfolgt gehabt. Ich glaube, er schaut jetzt nochmal rein. Ich bin sicher jetzt, in der Sekunde, wo ich rausgehe, wird er... Er kommt. Ah, er kommt nicht. Sicherheitshalber. Ah, er kommt nicht. Ich habe auch keine Angst vor ihm. Ich ne, Mann. Du musst auch Batterie wechseln wieder. Wo waren wir überhaupt da, gell? Okay, okay, jetzt sind wir ganz weit weg von ihm. Okay, kann er auch nicht sein, okay. Aber das Problem ist, wir müssen noch irgendwas anderes machen. Okay, Batterie. Ähm, wo ist die andere Pumpe? Wo ist die andere Pumpe? Wo ist die andere Pumpe? Weiter war es noch nicht da, gerade. Ähm, irgendwas rot ist auf der Gebrink, gell? Ähm, irgendwas rot ist... Da ist das. Aber da ist was anderes. Ah, das ist die Art. Ähm, ich hätte mich nachher mal zum Verstecken suchen sollen. Kannst du dich falsch... Ähm... Geh durch. Ich weiß ganz genau, wo du bist. Verdammt, wohin? Nein! Nein! Schau, wieso schaust du noch raus? Das krieg ich weg! Vielleicht war es nicht speichert. So, aber Leute, ich denke, das reicht für heute. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, das war Outlast. Falls euch diese Videos gefallen haben, dann... Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann... Ja, hinterlässt einen Daumen hoch da. Es tut mir leid, dass ich noch mehr machen konnte. Ich wollte einen Stream machen, aber wie es dir, ich bin nicht sehr gut im Streamen. Mein Internet ist gerade immer noch nicht so gut. Und ja, eben... Äh, Ding und so, Strike und so. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Falls euch die Folge... Äh, falls euch das Video gefallen hat, dann... Äh, dann liked es. Ja, falls nicht, dann nicht. Ähm, falls ihr noch mehr solche Sachen sehen wollt, dann hinterlässt einen Kommentar. Schreibt in die Kommentare, yo, das war cool. Und dann werden der Sembo und ich noch weitere Sachen aufnehmen. Also, darf ich mal sagen... Also, Sembo, verabschiede dich mal von allen Leuten. Tschüss, Leute. Frohes Halloween. Ja, frohes Halloween, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich nenne den Typen noch ein letztes Mal in die Arme. Das ist... Halloween-Special-Tot. Warte, das ist... Halloween-Special-Tot. Ja. So, okay, hier... Ich muss hier ran. Ich weiß ganz genau, wohin ich muss. So, ich schau mal. Ich bin mir sicher, hier spiele ich das Spiel in einem Klacks durch. So, zack. Er weiß nicht, wo wir sind. Wir rennen durch. Er wird da reinkommen. Das weiß ich schon. Ah, hier ist noch eine Tür. Ah, hier muss ich hin planen. Da ist die Tür. Da vorne ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er noch mal verprügeln. Okay. Jetzt. Okay. Jetzt. Fans ging in. Er hat mich gesehen. Okay, ich nenne es durch. Keine Angst mehr. Das ist eh das Ende. Ha, verdammt. Ich wollte nicht hier. Das wollte ich nicht. Oh, das denkst du wohl. Das denkst du wohl du. Ah. Ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.